Ich bin davon überzeugt, Ihre Frau ist in eine andere Zeit gefallen. Ich komme aus der Zukunft. Ich war in den Flitterwochen. Das war 1945. Ich ging zu einem Steinkreis am Craigner Doon. Kennen Sie den? Es gibt merkwürdige Geschichten. Ich berührte einen dieser Steine. Und auf einmal verlor ich die Besinnung, als ich wieder erwachte, war ich hier 1743. Ich glaube, dass Sie Geheimnisse haben, Claire. Meine Frau ist nicht bei einem anderen Mann. Vielleicht sind es nur Geheimnisse, die jede Frau hat. Ich bin keine Spionen. Bis ich das sicher weiß, werden Sie hier bleiben. Nach dem Millionen-Bestseller von Diana Gabberdon. Outlander Ab Mittwoch bei Vox.